Jippie, die Schule ist aus. Und heute gehe ich mit Mama und Papa schwimmen. Ich freue mich so sehr. Und morgen ist der große Mahlwettbewerb. Da bin ich ganz doll aufgeregt. Mama und Papa haben aber gesagt, du schaffst das schon. Und ich schaffe das auch. Wir glauben auch, dass du das schaffst. Wir finden Lösungen für die Zukunft. Für den Alltag, für die Umwelt, fürs Leben. Wir denken heute schon an morgen. Ihre Stadtwerke Trier.